Das war heute auf indonesisch und das heißt so viel wie herzlich willkommen auf meinem Kanal. Stellt euch mal vor ihr wollt einen eigenen Science Fiction Film drehen, aber was braucht man denn alles für so einen Film? Ich denke man braucht eine eigene Story, ein Drehbuch, Locations, Protagonisten, Requisiten und Begleitungen um den Film außergewöhnlich und futuristisch aussehen zu lassen. In meinem Kurzfilm habe ich den Astronautenanzug und all die dazugehörigen Requisiten selbst entworfen und gebaut. Gemacht habe ich das Ganze aus recyceltem Material. Das heißt, dass all diese Dinge üblicherweise weggeworfen werden und auf dem Müll landen. Wie ich es gemacht habe und was ich gebaut habe, seht ihr jetzt in diesem Video. Mich würde es noch interessieren, wer von euch errät aus was ich die außerirdische Intelligenz gebaut habe. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. OK, wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, wieder geht's. Und ich bin Augenblick auf. Wie geht's euch auf? Und ich binienced. Und wir hören euch, liebe Leute, auf. Und ich bin jetzt auf! Und du wärst morgens, wenn ihr seid! E Mann sieht nicht auf! Das ist die erste Begleitungen, die wir immer schießen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.